In diesem Video möchte ich euch beispielshaft die wichtigsten Kontrollanrichtungen im Fahrzeug zeigen. Von links nach rechts sehen wir hier den Dachographen, in der Mitte eine Zeit- und Temperaturanzeige. Daneben sehen wir dann den Drehzahlmesser sowie darin die Anzeige für die Tankfüllung. Schaltet man die Zündung ein, können wir weitere Kontrolllampen sehen. In der Zeitlupe haben wir mehr Zeit, diese zu besprechen. Ganz oben sehen wir die ABS-Kontrolllampe. Sie erlischt sobald das System überwacht und alles in Ordnung ist. Darunter links das Rufzeichen, die Kontrolllampe für die Bremsanlage und die Handbremse. Wenn ich die Handbremse löse, müsste diese Kontrolllampe ausgehen. Macht sie das nicht, deutet es auf einen Fehler in der Bremsanlage hin. Es könnte zum Beispiel der Bremsflüssigkeitsstand stark abgesunken sein. In diesem Zusammenhang sind vor allem aber die Kontrollmeldungen auf dem Portcomputer auch wichtig. Rechts oben können wir das rote Symbol für den nicht angelegten Sicherheitsgurt erkennen. Darunter eine Kontrolllampe für das Motormanagement. Leuchtet diese gelbe Kontrolllampe auch im Betrieb auf, während der Motor gestartet ist, bedeutet das, dass das mit dem Motor etwas nicht in Ordnung ist und sich das Fahrzeug im Notlaufprogramm befindet. In der Mitte sehen wir noch die Kontrolllampe für die Funktion über das ASR und das DTC von BMW, das dem ESB in etwa entspricht. Rechts daneben mit dem Rufzeichen seht ihr das Symbol für die Reifendruckkontrolle. In modernen Fahrzeugen wird die immer wieder bei der Prüfung gefragte Öldruckkontrollampe grundsätzlich nur noch im Bedarfsfall über den Portcomputer angezeigt. Wird uns während der Fahrt die Öldruckkontrollampe angezeigt, sofort auskuppeln bzw. auf Neutral stellen, damit die Kraftübertragung unterbrochen ist. Denn die Schmierung ist nicht mehr gegeben und die Gefahr, dass der Motor blockiert, ein sogenannter Kolbenreiber, ist gegeben. Dadurch würden die Antriebsräder blockieren, wenn wir die Kraftübertragung nicht unterbrechen. Das Fahrzeug könnte in Schieben oder Schleudern geraten. Nach dem Anhalten sofort den Motor abstellen, um möglicherweise einen Motorschaden noch zu verhindern, die Alarmklingelage einschalten bzw. das Fahrzeug absichern. Wie wir schon im Video Flüssigkeitsstünde gelernt haben, kann man den Motorölstand über den Portcomputer abrufen. Gleich dazu nochmal mehr auch in diesem Video. Ist der Ölstand tatsächlich zu gering, könnte das die Ursache sein, um das richtige Öl laut Betriebsanleitung im Motorraum nachfüllen. Leuchtet trotz ausreichendem Ölstand die Öldruckkontrollampe auf, so empfehle ich weitere Hinweise am Portcomputer oder in der Betriebsanleitung zu beachten. Man wird im Pannendienst rufen müssen. Keinesfalls sollte man mit Leuchter einer Öldruckkontrollampe weiterfahren. Dieses ist viel zu gefährlich. Man riskiert, wie schon vorher erwähnt, einen nicht nur gefährlichen, sondern auch teuren Motorschaden. Aufgrund des fehlenden Öldrucks. Die meisten Kontrolleinrichtungen befinden sich bei heutigen Fahrzeugen also im Portcomputer. Man geht einfach ins Fahrzeugmenü, dort je nach Ausführung auf die Informationsquellen und kann dort sämtliche Informationen über Service, Störungen usw. sehen. Es zeigt dann auch an den Fahrzeugstatus, wie z.B. wann die nächste § 57 Kfg-Werprüfung ist usw. usf. Außerdem kann man auch bei den heutigen Fahrzeugen den Motorölstand in diesem Bereich des Portcomputers abfragen. Ich weiß übrigens gerade, was ich morgen besorgen werde, nämlich Motoröl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017